Ich vertrete Brandenburg und ich vertrete Deutschland. Ich bin da für die Menschen, ihre Sorgen und Nöte. Und da zu sein, das ist mein Wunsch, meine Aufgabe, mein Ziel. Ich will, dass in Deutschland unsere Familien wieder glücklich leben können, unsere Kinder eine gute Schulbildung bekommen, wir wieder sicher über die Straßen gehen können. Ich streite für mehr Gerechtigkeit, für eine Währung, die gut für uns ist. Dafür, dass Menschen im Alter nicht arm sein müssen gegen die Lügen der Politik. Und dafür bin ich in Berlin. Ich streite um die Rente und um die soziale Sicherung. Ich sage Nein zu einer überbordenden Europäischen Union. In Paris und Straßburg kämpfe ich dafür, dass die Stimme der Bürger gehört wird. Und ich sorge dafür, dass weiterhin Sie bestimmen können und nicht eine Institution. Denn nur so werden wir die Zukunft und die Demokratie in unserem Lande sichern. Ich bin da für unser Brandenburg und unser Deutschland. Ich streite dafür, dass es dem ganz normalen, fleißigen Bürger wieder gut geht. Die Menschen rufen nach Freiheit, sie rufen nach Sicherheit, sie rufen nach einem guten Leben. Ich will, dass unser Land eine gute Zukunft hat. Ich kämpfe für die Zukunft meiner Generation. Ich kämpfe für die Zukunft meiner Generation.